Servus Freunde ich bin's wieder euer Lodri und wir spielen die nächsten Duelle auf Gummigeruch.de In der letzten Folge habe ich ja 5 von 5 Stück gewonnen das war ja eher eine Demonstration von Stärke würde ich fast behaupten und jetzt geht es weiter und zwar gegen den Felix99 da schauen wir mal was der so auf dem Kasten hat schauen wir mal rein direkt hier ziehen das Ding wieder rüber einfach rein in die Kiste positionieren das gut damit das passt und dann starten wir das Rennen mal wieder Tire Tortur ist okay habe ich jetzt ein bisschen Übung schauen wir mal was der Felix da so gemacht hat Top Name übrigens macht er direkt am Anfang genauso viele Fehler wie ich oh da ja verdammte Axt da mache ich aber jede Menge Mist und Humbug an der Stelle schauen wir mal wie es weiter geht jetzt die Stelle das ist ne Stelle die muss man immer gut fahren oh da war ich ganz kurz vorne jetzt bin ich vorne bleib hier hängen bleib hier wieder hängen das ist das wenn man auf diesen schmalen Strecken mal einmal hängen bleiben ne dann knockst du sofort gegen die andere Seite ähm hier dann hängen bleiben ist gar nicht so schlimm da muss man mal aufpassen mit dem Strohballen und da bleibe ich extrem hängen das wird mir hoffentlich zum Verhängnis hoffentlich nicht meine ich natürlich ist hier ein Kopf an Kopf rennen der Felix fährt ganz gut liegt wahrscheinlich am Namen jeder sollte Felix heißen finde ich ein Top Name übrigens und da schlittert er um die Kurve und da kann ich mir doch jetzt einen kleinen Vorsprung herausfahren dann nimmt dann die Konzentration ab beim Felix und ei 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 da bin ich oh da bin ich aber noch mal ein paar mal angeeckt und ich würde fast sagen das ist der Sieg für mich der sechste Sieg in Folge top übrigens und schau mal jawohl da ist es juckt sie mich kurz puh ich hatte am Anfang ein bisschen Bammel weil ich da wirklich ein paar Kurven doch extrem verkackt habe aber ich habe es dann doch noch geschafft mich da äh aus dieser aus diesem tiefen Loch quasi herauszuarbeiten guck mal ich habe schon Zeiten gefahren von 1 0 9 und jetzt sieben Sekunden langsamer hei ei ei aber was lernen wir daraus sechs Siege Freunde sechs Siege und der Felix wollte direkt der will direkt noch zweimal gegen mich fahren viermal sogar Mensch der Felix der will es aber wissen für ein bisschen Abwechslung mache ich jetzt erstmal easy green schauen wir mal was er da so gerissen hat der Felix dann starten Anlauf und rein Seht ihr das mit dem Anlauf ist gar nicht so schlecht man gewinnt einfach wirklich am Anfang schon mal die ersten paar Meter ja da hat der Felix doch ein bisschen dann trainiert oh das war oh das war schlecht oh man Kinder Manometer ob ich das noch aufhole ich glaube fast nicht oder doch meine Finger sind schon ein bisschen zittrig die wollen natürlich den siebten Sieg die Kurve die nimmt er immer nicht so gut man muss die Kurven immer außen anfahren und dann oh nach innen reinschneiden natürlich nicht so weit innen ist natürlich dann der Fehler oh das ist ein Kopf an Kopf rennen ich glaube das ist die letzte Runde kleinen Vorsprung habe ich habe ich habe ich habe ich das sieht gut aus das sieht gut aus Freunde da nochmal den Felix besiegt 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 wirklich besiegt muss man sagen ich warte natürlich immer auf die Ringkommission ob die dann das okay gibt für dieses Duell und quasi meinen siebten Sieg 51 guck mal da war ich auch schon mal zwei Sekunden schneller und jetzt starten wir nochmal rein und fahren nochmal Taya Tour Tour schauen natürlich was der Felix dieses Mal gerissen hat mal sehen mal sehen mal sehen mal sehen was er so reißt der Kollege so starten direkt wieder mit ein bisschen Anlauf haben dann hier die zu viel Geschwindigkeit und bleiben direkt hängen verdammt nochmal Felix bleibt hier auch ein paar mal hängen ich bleibe auch ein paar mal hängen Menschen ins Kinder hier ist aber auch was los auf den Rängen die toben oh da hat er geübt das macht er jetzt schon besser fast besser als ich sozusagen ei 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 aber da bleiben wir beide hängen wieder Kopf an Kopf rennen muss man sagen aber jetzt habe ich die Nase leicht vorne da schlendert er sich durch da muss man sagen das ist wirklich schon harter Rennsport hier sehr gut da durchgeschlängelt ich weiß nicht was Heiko Wasser dazu sagen würde erster Platz auf jeden Fall erster Platz von zwei das ist immer gut erster ist immer besser als zweiter habe ich mir sagen lassen und dann schauen wir einfach oh da nimmt die Konzentration einfach ab man sieht einfach fünf Runden sind ihm zu viel schade vielleicht sollten wir mal nur eine Runde fahren ei 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 da habe ich auch wieder Mist gebaut das ist wenn man zu viel redet wenn man einfach zu viel quatscht dann macht man die Fehler acht Siege Freunde Demonstration von Stärke Rennstärke schauen wir mal weiter also in 60 Sekunden wird hier natürlich der Versuch gestartet das ist ganz klar und 1,16 schon wieder extrem langsam leider so meine Hand ist jetzt hier schon leider ein bisschen in wie soll man sagen mit Leidenschaft gezogen worden deswegen fahren wir einfach noch mal easy green zur Abwechslung gegen doing my thing ding 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 und schauen was da gemacht wurde ich nehme wieder Anlauf komplett und habe wieder den Vorsprung seht ihr das das ist immer wichtig man muss die ersten Meter einfach gewinnen wenn man die ersten Meter gewinnt dann hat man einfach den Vorsprung den muss man dann der baut sich natürlich über die Zeit natürlich aus weil es einfach klar ist und dann muss man oh da muss man auch mal hängen bleiben natürlich quasi für einen Boxenstopp wenn dann die Reifen ein bisschen heiß werden muss man die hier abkühlen lassen und hier fährt man einfach seine Runden das sieht nach einem klaren Sieg aus für mich da müssen wir uns auch gar nicht mehr irgendwie groß jetzt hier fighten oder so da fahren wir einfach die Kurven schön aus ohne Risiko fahren wir hier die Geschichte nach Hause das sieht ganz gut aus 5 von 5 Runden haben wir und zack sogar eine Runde unter 10 Sekunden das ist natürlich top so sollte das Ganze immer aussehen damit kommt auch eine Zeit von unter 50 Sekunden hin macht natürlich Sinn rein mathematisch ist das ganz klar und wir haben eine Zeit unter 50 Sekunden seht euch das an seht euch das an einfach fertig gemacht zack und weg und dann schauen wir wieder rein und schauen was da los ist den Felix machen wir wieder weg auf Taya Tortur hoffentlich mal schauen das ist jetzt das vierte Duell gegen Felix drei habe ich gewonnen mal schauen aber auch noch eins gewinnt ich bin gespannt was er noch reißen kann ob er sich nochmal wieder den ganzen ob er den ganzen Mut quasi zusammengenommen hat ich nehme jetzt komplett Anlauf und starte da rein ihr seht da schon wieder die ersten Meter gewonnen oh Felix ist wieder die ersten Kurve echt gut gefahren muss man sagen da hat er trainiert aber in der Kurve lässt er dann doch nach und bleibt dann des öfteren hängen das ist halt das Problem man darf oh oh da apropos hängen bleiben man darf beim Rennsport einfach nicht hängen bleiben man muss einfach weitermachen man muss versuchen nicht hängen zu bleiben auf irgendwas oh shit da bin ich jetzt auch ein paar mal hängen geblieben weil ich hier die ganze Zeit rede wie so ein Wasserfall aber das muss einfach sein ich will euch ja unterhalten von daher muss der Kommentator auch wenn er gerade das Rennen selber fährt verdammte Axt da muss man sich jetzt ein bisschen konzentrieren damit ich den Vorsprung doch noch ins Ziel rette oh das war gut genommen das war gut genommen zwar noch angeeckt aber mit voller Geschwindigkeit da keine Angst vor der Kurve Leute keine Angst vor der Kurve einfach rein das ist die Devise so müsst ihr fahren seht euch das an oh da sind wir kurz hängen geblieben Mensch was mache ich denn da für ein Humbug ei 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 der Stroh gut umgefahren perfekt und die Kurve doch noch mal hängen geblieben mit dem Heck schade zack ist das schon die fünfte Runde jawohl das ist der Sieg und da sind wir im Ziel perfekt 10 Duelle 10 Stück gewonnen perfekt so muss das aussehen von daher würde ich was sagen Gummigeruch Spezialist Hallo Dri perfekt optimal 1,16,97 wieder sehr langsam an der Stelle aber trotzdem gewonnen gegen den Felix ich hoffe dass in den nächsten Tagen da noch mehr Duelle reinkommen damit ich da noch ein paar Folgen voll machen kann wenn keine Duelle da sind dann werde ich ähm erstmal die anderen Strecken zeigen weil wir haben ja jetzt wirklich nur was haben wir was sind wir denn gefahren Easy Green Tire Torture Zickzack wurde abgebrochen Big Trouble Big Trouble sind wir gefahren die war cool das sowas feiere ich wenn man einfach mal Gonzo Garten wurde leider auch abgebrochen von der Sabi die Sabi die wollte auch nur einmal dann war wahrscheinlich das Internet weg aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit der Folge schickt mir neue Duelle damit ich da was machen kann und lasst einen Daumen nach oben da wenn euch das Ganze gefällt lasst mir auch einen Kommentar da oder mit konstruktiver Kritik wie auch immer und wir sehen uns einfach im nächsten Video bis dahin Tschüss Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal